Stöllen, ein lohnendes Ausflugsziel im Haveland, ca. eine Autostunde von Berlin entfernt. Unser Flugzeug Lady Agnes Eine besondere Attraktion im Heck der Lady Agnes ist das Standesamt. Ein Begegnungsort für viele Veranstaltungen. Das Lilienthal Zentrum informiert über das Leben und Schaffen von Otto und Gustav Lilienthal, sowie über die Geschichte der Luftfahrt. Von hier aus startete der Flugpionier Otto Lilienthal seine meisten Flüge. 1896 führte der hier so oft verwirbelnde, heftige Wind zum tödlichen Absturz aus etwa 15 Metern Flughöhe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020